Ah, das hoch! Yay, Puppentheater! Sinnlose Gewalt... Nö, die mögen sie doch alle! Sinnlose Gewalt gibt's jetzt! Das ist Sinnlose Gewalt! Die dritten könnten wohl sie einem gar nichts tun! Das nennt man Sinnlose Gewalt! Hm, hier fehlt ein bisschen Weg! Wie war das noch gleich? Und hier links ist irgendwo noch Bad! Ja, guck da links! Wird ein Pfeil angezeigt! Hm... Ah! Das geht auch! Hm... A bit of useless! Es ist doch einfach... ... ... ... ... ... ... Einige! Das ist gut. Hm, ich habe ein paar Epis, wenn ich hier rauskehde. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, dann... Warte. Ist nix. Ja, äh... Oh, ich komm hier nicht durch. Vielleicht nur mit uns zusammen. Weil... Was ist das? Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Äh... Okay. Das ist ein Schuss. jetzt ja, anscheinend haben wir gefehlt hmmm merken wir? ähm nicht des halben Spiels gegen genau Nur Schaden Sieht ein bisschen am Haus, oder? Weil ich sehe sonst keinen anderen Weg Oh Mensch Ich drehe am Bad Ob als Blackbeard oder als sonst wer Ich drehe am Bad Ha! Und? Yes! Oh Jetzt hast du mir doch gefehlt Oh, jetzt nicht wirklich gefehlt Ich bin klüger, Lord Ich bin klüger, Lord, ich weiß alles Wow Und was ich nicht weiß, errate ich Intuitiv Ich bin klüger, Lord Oh wow Hm Heil, klüger, Lord Mhm Hm Ah, ich glaube, ich muss darüber Ich bin klüger Rattende Peitsche Rüberpeitsche Hm 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 Gehen wir mal durch Hm Mehr als fuehren können wir uns nicht Und Bumms. Und Bumms. Hm. Was war das gerade? Ein Bildinger. Mehr und nicht weniger. Hm. Hm. Hey. Alter, ich brauche jetzt an vorbeizugehen und es nun explodiert. Hm, wo soll das Rad gehen? Hm, Pfeil sagt da hin. Aber ich bin noch über, Lord. Ich stehe über dem Pfeil. Da bin ich aktiv, Lord. Du bist immer Lord. Aber immer noch. Ich stehe über den Pfeil. Hm. Ah, Klüger Lord sagt nicht herkommen. Hm. 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 Soll ich erst mal in dich finden. Alter, wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung. Und ich darf... Ich seh auch überhaupt so gar nichts. Dann komm ich mal zu dich sein. Wenn möglich. Wenn möglich. Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Vielleicht finde ich dich ja hier irgendwo... Nö, gar nicht. Oh, alles Rad. Ich bin so lang. Ich bin so lang. Und sonst woanders. Hallo. Wo bist du? Und vor allem, wie bist du da hingekommen? Darauf weiß selbst nicht alles Klüger Lord keine Antwort. Geh du mal irgendwo hin, dann werde ich nachgefahren. Soooo. Irgendwie schon viel besser. Irgendwie schon. Dann komm mal mit Klüger Lord mit. Ich glaub ich weiß, ob er das ist. Okay. Dann sag ich mal mit dem Sparaman. Ich glaub ich weiß jetzt wo du warst. Wohl, ich weiß das nicht. Oh! Hallo! Also, noch ein wenig gefolgt. Jetzt gehen wir noch mal hier rein. Das ist hier je nachgefolgt. Haben tun wir alles. Lack, 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 lack. Ah. Yay. So viel zu Klügerlord. Ich glaube hier fehlt noch ein bisschen was. Klüger, es wird Feuer. Ja. Die sind doch ganz anständig. Genau, ich bin dein Vater. Oh Gott. Irgendwie wirken die jetzt ein bisschen aggressiv. Lass uns mal ein bisschen um Rad reden. Aber bei mir stimmt's. Ah. Ah. Ja. Hebe sie hoch. Ja. Ich habe sie zu eng genommen. Ich bin auch kleiner. Das klang gerade ganz falsch, was sie da von sich gegeben hat. Ja. Ja. Aber ganz und gar falsch. Ja. Immer so, ciao. Das ist hier. Such den Fisch. Such den Fisch. Such. Das ist hier. Huh? Ich muss irgendwas geben, das man mitnehmen kann. Was hat mir das gebraucht? Hm. Komm mit höher. Was hat mir das gebraucht? Irgendwie so gar nicht so. Nee. Ah. Ah. Entfunden. Ich will Teleknesekräfte. Mano. Marti hat ihr am häufigsten Teleknesekräfte. Hurra. Wie viel war das jetzt neu? Oh. Nein. Wie viel hatten wir vorher? Eins? Zwei? Maximal. Hehehe. Steh auf, Männchen. Voll das Steh auf, Männchen. Oh. Oh. Aber hier soll jetzt erstmal keiner mehr zu sein. Aber was hätten wir ohne den Minikitfinder hier gemacht? Tja. Hä? 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 Genau von der einen Milliarde, die wir hier haben. Hm. Hm. So fühlen sich Milliardäre. Wie wir jetzt auch welche sind. Hm. Moment. Moment. Daaa. Ich habe euch mal an. Ah. Wir haben Katzen gezögert. In dem wir von ganz woanders gekommen sind. N1. Wow. Wie ist denn? Oh. Oh.